Ihr bekloppt da draußen, hört einfach nicht auf das, was die im TeamSpeak labern, die sind heute etwas bekloppt in der Hürse, ich weiß auch nicht, was die genommen haben, aber egal, wir machen jetzt hier mal eine Runde Show hier, um sie euch einfach nur mal zu zeigen, viel Spaß dabei. Aber so sehen wir, wie es jetzt aussehen, sehen wir nicht wirklich aus, sonst ist es hier viel schöner. Oh Mann. Also, wenn mal gesagt wird. Na Bersi, aber wenn du jetzt sprechen würdest, dann könntest du dich nachher auf YouTube hören. Bersi, red mit mir, Bersi, red mit mir. Geht doch nicht, seine Horde ist da. Howdy, Fee. Manu. Achso, der hat ja gar nicht Manu, der hat ja Bers, ne? Oh Mann, ey. Also Leute, liebe Leute, macht euch nicht draus, unser hier, ähm, Kudelkobald ist ein bisschen schüchert. Ja, der liebe Herr General hier, der, der, der da vor mir rumhantiert, der da so komisch rumfuchtelt, der, der ist ein bisschen schüchtern, der, der mag nicht mit euch reden. Warum auch immer. Aber wehe, wenn die Aufnahmen gleich gestoppt sind, dann gehen wir los. Was ist bei mir? Warum ist er noch nebenbei erwähnt? Meine Maus ist zu laut, ich weiß. Einmal mit Profis, einmal mit Profis. Vielleicht häng ich hier noch los, ich weiß nicht so, ne? Ja, nur fliegen ist schöner, oder? Und wenn man bloß auf die Schnauze fliegt. Nein, 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 nein. Das ist nein, 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 nein. Ist doch so. Du sollst mir nicht immer meine Mobs klauen, Mensch. Ja, ihr habt nichts zu tun, hallo? Soll ich denen hier nur meinen doofen Xavi ja geradeausguckt zeigen? Der bleibt da stehen. Ich bin nicht dran. Stell dich in der Ecke. Okay, jetzt kannst du mir ein bisschen helfen. Das sind ganz viele. Das war mir klar. Wenn ich mir so anschaue, okay, zwischendurch, wenn ich mir so anschaue oder anhöre, was da bei anderen in ihren Let's Plays abgeht, dann ist das hier noch harmlos, aber... Boss drüben. Ja, wir müssen uns hier auch irgendwie ein bisschen konzentrieren, ne? Weil sonst geht halt jeder Hilfe. Lärm ist drauf. Vorgebackt. Oder nicht? 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 Der ist auch wieder wegen Überfüllung geschlossen, der Boss. Da Karten-Teile drin. Ja, zwei. Du kommst mit deinem Finger da raus, Mann, do. Und auf die nächste Runde. Zwei, vier und drei, also zählt noch eins. Zwei, vier und drei. Zwei, vier und drei. Mmh, Nih, 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 Nih. Trag mir die nächste Mal. Topi. Rauchen ist ungesund. Hier, ich hab da mal nen Boss. Ich spiel meine Runde Karten. Na, ein Glück, dass man den Chat nicht so wirklich gut lesen kann. Einmal mit, Profis. Fah, da hängt es aus, wenn ich wieder da bin. Unfassbar, ja. Ihr haut mir nicht ab und tut schon gar nichts. Ich hab mal deinen Turm gehalten, ne? So? Du hast ja Schaden abgekriegt, da war aber keiner Fall. Ja, bei 50%. Der Dicke Vos ist schon wieder bei mir. Ja, super. Einmal mit Profis. Also für alle da draußen, wenn ihr auch mal Ion Spieler sein solltet und ihr solltet das schön vier Meter vom Boss weg stehen. Ansonsten hängt er in der Bamba. Heil die Pagode, Heil die Pagode. Geht's doch gut mit dem Dicken da. Geht's doch gut mit dem Dicken da. Geht's doch gut mit dem Dicken da. Okay. Ja. 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 Da hab ich aber die Küste nicht aufmachen. Oh. 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 Er gibt das da und darin ist dann so eine Medaille. Jetzt zeig ich euch gleich. Ich habe Silber. Wie gesagt, ich brauche ja kein Gold hier. Sag doch was. Mach mal schnell. Der wird hier schon total nervös. Ja, sag doch was. Hallo, wenn ich nichts von euch höre, kann ich nicht starten. Ich sehe euch da oben noch nicht. Ah, ich habe vergessen, zu dir zu sein. Nein, egal. Mitte ist außerordentlich anspruchsvoll. Einfach rechts und links sauber machen. Fertig. Nein, leidig. Beim ersten Mal werde ich da noch Spaß dran haben, aber beim zweiten Mal würde ich mal sagen. Und beim dritten Mal, vierten Mal, fünften Mal, das ist einfach nur noch Routine. Oh nein, meine Rollen laufen aus. Das ist jetzt echt, aber absolut asynchron gewesen hier. Oh, jetzt gibt es hier, aber man, geht los. Oh, jetzt gibt es hier, aber man, geht los. Ich nicht, Bersi. Oh, Boss links. Möge der Gottstein frocken. Also, es sieht eher aus wie ein Uhu, aber nicht wie eine Ente. Also, eine Ente sieht bei mir anders aus. Und ich glaube, meine Community wird mir zustimmen, wenn sie sagt, das ist ein Uhu, als steht eine Ente. Ja, dann ist das eine Kreuzung. Oh, ein Enten, ein Enten. Wenn ihr da draußen meint, es sieht aus wie irgendwas anderes, schaut es mir in die Kommis. Ich möchte echt gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Danke. Nein, ich sehe es ja nicht. Kannst du es dir ja nachher anschauen, wenn ich es hochlade. Nimm die Hand da raus. Nein, auf YouTube. Wir werden jetzt alle prominent. Wir gehen jetzt alle auf YouTube. Wenn ich es hochgeladen habe, werde ich die Dings hier verlinken. Die kann ich in TS posten, dann den Link. Und ansonsten auch auf unserer Homepage von unserer Legi, da poste ich auch die ganzen Videos. Da bin ich ohne. Da wird aber mal Zeit, doch. Wollte ich gerade sagen, wird aber mal Zeit. Ich sehe es. Da kommt was, da kommt was. Ja, ich bin nicht. Da kommt oben. Ist das immer ein Problem? Aus Mitte. Sei, da kann ich Marmelade machen. Soll ich noch Marmelade essen, Claire? Äh, ich kann werfen. Schild ist hoch. Soll er das selber töten? Ah. Blöder Mob. Yeah. Der denn her geht weg. Soll ich noch einmal Gift schmeißen? Knall drauf, ich habe noch einmal Schild. Ich könnte noch zu tot freezen. Wo ist es? Es ist hoch. Dreimal Silber. Ich möchte erst mal einmal die Truhe haben, ne? Und kein Kartenteil komplett. Ach, das gibt es doch nicht. Natürlich. Echt? Ach ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Vorher schon. So, wenn man fertig ist, einmal, was hatte ich, Silber, Silbermedaille anklicken drauf, rüber porten. Und dann stehen hier so schön... Ist das total blöd für Manu? Natürlich ist das blöd. Und dann stehen hier schön die Kisten rum. Diese kleinen Kistchen hier macht man mit einem Schlüsselchen auf und da sind dann schön AP-Items drin. Da ist ja nur dreimal Silber drin. Dann kann man die schön mit den Schlüsselchen, die man da erbeutet hat, aufmachen. Und schön AP-Items einsacken. Mit ein bisschen Glück sogar noch andere Sachen. Aber ich habe heute mal wieder kein Glück. Ah, unser Doodle Kobold hatte Glück. Ah, da wieder so was Schönes hier. Und das war's dann. Oh, ich hätte gerne eine Wolle gefunden. Und schon ist man mit der Schuini durch. So, ich hoffe es hat gefallen, es hat Spaß gemacht und äh... Verabschiedet euch mal, ihr! Tschüssi! Der Rest ist mal wieder nicht da, war ja klar. Und tschüss!